Servus, ich bin der Matthias, ich zeige euch heute ein bisschen eine Alternative zum Glyphosat. Hallo, servus und willkommen zu meinem ersten Video mit Kommentar diesmal. Eines da auf unserem Mulchsaatschlag, da war letztes Jahr Winterweizen da mit einem Hagelschaden. Das Ganze ist zweimal gegruppert worden, es hat da letztes Jahr ein bisschen an Wasser dann gefeiert. Jetzt ist halt da der Weizendurchschwuchs extrem stark. Die Mulchsaat ist dann, weil es gar nicht gekommen ist. So wie man jetzt hier beispielsweise sieht. Zu sehen ist jetzt die Kerner Corona mit der Gänsefußschar bestückt und mit der Striegelwalze. Und das Ziel ist eigentlich, dass man das Ganze flächig schneit und dann den Weizen locker obenauf ablegt. Das heißt, dass der bis zur weiteren Bodenbearbeitung absterben kann. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.